Die wirkliche Hiobsbotschaft kam gestern Abend nach dem Closing der Wall Street. Volkswagen geht ein 50-50-Joint-Venture mit Rivian ein und plant bis 2026 bis zu 5 Milliarden Dollar zu investieren. Die erste Milliarde wird jetzt fließen. Das Ganze wirkt auf den ersten Blick erst einmal ein bisschen verzweifelt, wie man auch an der Wall Street lesen kann. Letztendlich hat Volkswagen, wie viele andere europäische Autohersteller, den Anschluss im Bereich der E-Autos verpasst, die Chance, eine marktführende Rolle hier einzunehmen. Gleichzeitig nimmt der Druck auf die gesamte Autoindustrie zu und vor allem im Heimatmarkt Europas wächst die Beliebtheit chinesischer E-Autos. Nun hat sich ja Volkswagen gegen eine Ausweitung der EU-Einfuhrtarife ausgesprochen und das aus gutem Grund. Letztendlich hat Volkswagen im vergangenen Jahr mit den Joint Ventures 3,2 Millionen Autos in China abgesetzt. Also ein extrem wichtiger Absatzmarkt und bei einer Ausweitung der Tarife in der EU besteht natürlich die Gefahr einer Gegenreaktion Chinas. Man hat das China-Risiko teils reduziert durch eine Beteiligung an Expeng, bekommt dadurch letztendlich auch Zugang zu der dortigen Technologie. Das Gleiche erhofft man sich durch Rivian. Man wird umgehend die Technologie von Rivian nutzen können für den gesamten Volkswagen-Konzern. Und so ist das Fazit der Wall Street, dass ja, dieser Deal ist für Volkswagen eine Wette, dürfte den Konzern aber letztendlich stärken und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhöhen. Wichtig wird sein, dass Rivian den hohen Cash-Burn letztendlich stoppt. Das ist auch das Ziel von Rivian. Man konnte in den letzten Tagen oft lesen, dass die Produktionskosten unlängst reduziert wurden und dass man für das vierte Quartal in diesem Jahr bei dem R1-Modell eine schwarze Null bei den Bruttomargen anpeilt. Der Wert wurde erst gestern früh von dem Broker aus Guggenheim zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 18 Dollar. Was die Aktie auch mit anfacht, ist die Tatsache, dass laut Factset 18 Prozent der ausstehenden Aktien leer verkauft waren. Die Short-Seller müssen jetzt rennen, ihre Positionen eindecken. Das tut richtig weh bei einem Kurssprung der Aktie heute Morgen von fast 40 Prozent. Rivian ist hier also der Profiteur. Amazon wird sich auch freuen, eine der großen Teilhaber von Rivian, denn bis gestern zum Closing hatte die Aktie seit dem Börsengang im Jahr 2021 etwa 90 Prozent an Wert verloren. Jetzt kommen wir von Rivian zu Whirlpool, großer Haushaltsgerätekonzern, der per dem Closing gestern einen Börsenwert von knapp unter 5 Milliarden Dollar hatte. Reuters berichtet, dass die Robert-Bosch-GmbH Interesse an einer Übernahme habe. Das berichten drei Leute im Umfeld der Verhandlungen. Whirlpool im Übrigen geführt von einem deutschen CEO, könnte hier also im Ziel einer Übernahme sein. Die Aktie war vorbörslich bereits fast 20 Prozent auf der Gewinnerseite, gehört hier also mit zu den Profiteuren. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. FedEx, der Star heute, ein deutliches Kurs plus. Man muss sagen, dass diese Kursreaktion weniger etwas mit den Ergebnissen zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit dem, was das Management in der Analystenkonferenz betont hat. Nämlich, dass man überlegt, FedEx Freight den Frachtbereich von FedEx auszugliedern. JP Morgan hat das mal durchgerechnet. Der FedEx-Frachtbereich wird mit etwa 6,7 bewertet, also den 6,7-fachen, während alle anderen Bereiche mit dem etwa 13-fachen bewertet werden. Wenn man also tatsächlich FedEx Freight ausgliedert, würde das den Wert von FedEx der Aktie letztendlich zugutekommen. Der Wert würde profitieren. Und abgesehen davon kauft FedEx fleißig Aktien zurück im Fiskaljahr 2025, sollen 2,5 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert werden. Allein eine Milliarde Dollar im ersten Quartal des Fiskaljahres. Ja, die Ergebnisse waren besser als erwartet. Vor allen Dingen dank der Margen, die leicht über den Zielen lagen. Aber die Erwartungen wurden nur leicht geschlagen. Der Umsatz auch nur leicht über den Zielen. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2025, wenn man den Mittelwert mal nimmt auf der Umsatzseite, wird das Umsatzwachstum, die Ziele sogar leicht verfehlen. Und der Ertrag pro Aktie wird ja minimal über den Schätzungen liegen. Also eigentlich nicht der Rede wert. Es war immerhin keine Enttäuschung, aber der Key, der entscheidende Faktor, was passiert mit FedEx Freight. Wir haben auch Kommentare von Analystenseite, die nochmal betonen, wie viele Aktien bei FedEx leer verkauft sind. Ähnliches Bild also, wie bei Rivian nicht ganz so ausgeprägt. Aber die sogenannten Shorties müssen hier rennen und eindecken. Wir haben bei JP Morgan eine Anhebung des Kursziels auf 359. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 347 an. Wir haben Stifle mit einem Kursziel von 327. Morgan Stanley bleibt im Lager der Skeptiker. Die hatten den Wert nur mit Halten eingestuft, verpassen die Rallye heute also. Und man bleibt bei einem Kursziel von nur 215 Dollar. So, heute Abend wird Micron Technology Zahlen melden. Wichtig für den AI-Sektor. Die Zahlen sollen über den Erwartungen liegen. Hatte gestern, vorgestern war es ein Analyst noch betont. Und die Aussichten dürften angehoben werden. Die Messlatte für Micron hängt also sehr hoch. Und die Hoffnung ist natürlich, dass, wenn Micron schlägt und anhebt, dass letztendlich der AI-Sektor insgesamt mal wieder profitieren wird. Der Handel in den letzten Tagen war schon fast ein bisschen absurd. Nvidia hat gestern das gut gemacht, was man vorgestern verloren hat. Der S&P schloss gestern dort, wo man letztendlich, also hat alles aufgeholt, was am Vortag verloren wurde. Und eigentlich sind wir jetzt leicht über dem Niveau von Freitag letzter Woche. Der Markt hat so ein paar Verdauungsprobleme. Und man muss sagen, die Marktbreite gestern war dünn. Es waren vor allen Dingen mal wieder sehr wenige Tech-Werte, die den gesamten Markt hochgehalten haben. So, wir haben eine Kaufempfehlung von JP Morgan für ESML im AI-Universum. Das Kursziel hier wird gewaltig angehoben von 650 auf 806 Euro übergewichten. Und man betont weiteres Potenzial, die Marktanteile auszuweiten. Also viel Applaus von Analystenseite. So, jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal die Headlines an, die heute wichtig sind auf der Makro-Seite. Wir haben heute Abend die Zahlen von Micron, die Ergebnisse von Jefferies. Wir haben um 19 Uhr eurer Zeit die Auktion von 5-jährigen Staatsanleihen, 70 Milliarden Dollar. Also ein echtes Brett. Die gestrige Auktion von 2-jährigen Staatsanleihen auch, 69 Milliarden Dollar. Hatte eine recht gesunde Nachfrage. War also im Grunde erstmal ein ganz gutes Omen. Ich hätte es fast vergessen, aber ich will es kurz nochmal aufgreifen. Southwest Air ist heute unter Druck. Der Umsatz pro geflogener Flugmeile wird im zweiten Quartal enttäuschen. Das spielt so ein bisschen Elliot Management in die Karten. Große Heuschrecke, die sich dort eingekauft hat. Die Druck ausübt auf das Management. Deshalb konnte die Aktie auch einen Teil der Kursverluste vorbörslich schon wieder wettmachen. Und General Mills, auch hier Nahrungsmittelkonzern natürlich, Ergebnisse, vor allem die Umsätze enttäuschend. Die organischen Umsätze sind um 6% gesunken. Der Rückgang war doppelt so stark wie erwartet. Trotzdem dank der Margen lag der Ertrag so ziemlich im Rahmen der Schätzung sogar ein bisschen drüber. Aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2025 auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite enttäuschen. General Mills also und Southwest Air an der Wall Street auf der Verliererseite. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.